Soweit ich mich erinnere, und wir haben auch schon öfters darüber gesprochen, ist ja das für ihn ein richtiges Ritual, also es ist ja nicht einfach nur, die Uhr läutet und ich gehe nach Hause, sondern das ist das richtige Ritual, sich da eine Viertelstunde, 20 Minuten etc. dafür Zeit zu nehmen, das einerseits sozusagen durch Tätigkeiten zu machen, also was ich dann final, ich weiß nicht, den Laptop zuzuknallen oder irgendetwas. Und gleichzeitig aber auch, wie du sagst, diese Dinge, die unter Tag sozusagen aufgegangen sind, also was sehe ich, du hast neue To-dos, du hast neue Ideen etc., die einzuarbeiten in was auch immer, also in dein System oder in deine To-do-Liste oder in dein Notizsystem und aus dem heraus dann wahrscheinlich auch den neuen Tag dann vielleicht nochmal drüber zu schauen, ob der gerade passt. Und dadurch dann, wie du gesagt hast, dann sozusagen emotional und Ding, also einfach, du bist jetzt aus der Arbeit draußen, boom, ja, und man spricht auch oft davon, sozusagen einen Gap zu bringen, also einen Spalt zwischen sozusagen dem, was dann Arbeit ist und dann sozusagen der Freizeit, der Familie, der anderen Beschäftigung, um dort diese Qualität der Erholung entsprechend hochzuhalten, um wirklich Kraft und Energie zu tanken für den nächsten Tag. Vielen Dank.